Hey Leute, man kann Absohnung klößen. Guck mal. Guck mal. Oh, ist ja krass. Was? Man kann hier abkürzen. Guck mal. Oh, das ist ja einfach. Hals, ey. Hab ich schon, weil ich das nicht meinen eigenen Humor sehe. Ich feiere. Alter, wie ich... Na, ne. Hier, Checkpoint. Von oben kommt das runter, Alter. Ah, stimmt. Okay, gut. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe Angst, Dom. Warum? Weil... Nein. Was ist denn? Nein! 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 In meiner Badewanne bin ich Kapitän. In meiner Badewanne bin ich den größten Pils. Oh, Mann, Dom, hör auf, um meine Lieder reinzusingen, dann fang ich mich mal da voll durcheinander. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Du kannst die Durchsprung, Dom. Von wo? Von allen? Ja, Gott, alle? Da! Boom! Okay. Aber ich schaffe nicht alle gleichzeitig. Also ich bin jetzt gerade beim Vorletzigen, wenn wir dann durchspringen. Nee, ich kann hier nicht alle durchspringen, weil ich immer abstoppen muss. Okay. Also ohne Bader Sprinting und so. Nee, das geht auch ohne Bader Sprinting. Nee, bei mir nicht. Nein, erst bin ich hier gesprintet. Bis hierhin komme ich halt nur. Und dann sprintet der wieder nicht. Mach doch blweh, mach doch blweh. Oh, drüber gesprungen. In's Wasser gesprungen. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Oh, blöd. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Oh, du bist so ein ätzender Kleiner. Ich spulen sollen. Warum bin ich das denn? Weil du immer einsinkst. Oh, dann springt der will immer. Kurzbrüche, was trinken. Oh Gott, voll letzter Sprung. Mein linker... Mein linkes Ei tut weh. Mein Finger tut voll weh. Mein linkes Ei. Weniger linkes Ei krollen, tut der Finger auch nie weh. Ich dachte, die könnte man vielleicht irgendwie abkürzen. Ist schön gewesen. Hey Leute, man kann abkürzen. Guck mal. Guck mal. Oh, ist ja krass. Was? Man kann die abkürzen. Guck mal. Oh. Das ist ja einfach. Alles, ey. Hab ich schon gesagt, dass ich meinen eigenen Humor ziemlich feier. Ja, ich weiß. Oh, Sterne. Oh, ja. Oh, ja. Das sind keine Sterne, ihr Idioten. Ich weiß. Da waren Sterne bei Checkpoints. Au. Aua. Och, Mann, ey. Wir haben noch 10 Minuten. Und dann müssen wir das nächste Mal noch wieder weitermachen. Na, wir haben eh viel. Scheiße. Vor allem, wir müssen heute gar nicht aufnehmen eigentlich, glaube ich sogar, oder? Ja, es geht nicht ums Müssten, es geht um Spaß haben. Spaß! Spaß aufzunehmen. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja. Oh, ich bin grad abshaken und schaff dabei die Schenke. Oh, Scheiße. Jetzt mach ich die mal hier durch, ey. No, Mann, ey. Ich spring ja schon so spät, wie es geht ab. Aber trotzdem meint er mich einfach hart in den Popo ficken zu wollen. In meiner Bar, Mann, ne? Wohnst du eigentlich alleine, Enno, oder bist du in einer WG? Wohne alleine. Alleine? Also noch nicht, zur Zeit noch nicht, aber dann. Wie zur Zeit? Wo wohnst du? Nur mit wem wohnst du zur Zeit? Ich wohne zur Zeit bei meiner Mutter noch, weil ich noch kein Entretter bei mir zu Hause. Ach so, ah ja. Also bei mir ist nur noch der PC und ein Bett. Weiß ich nicht. Der Rest ist schon eine Wohnung. Ja. Eigene Wohnung? Wie viele Zimmer? Erzwerbung. Also mit zwei Räumen? Eigentlich ist es eine Einrunde, aber ich ziehe es jetzt zwei Räumen an, weil ich halt zwei Räume habe. Mit Küche? Ja, mit extra Küche. Also das ist ein... Oh, dann springst du nicht. Also mit Klo, Küche und... Klo, Küche und ein... Also ein Zimmer ist eigentlich eine Einrunde, wo ich ziehe es jetzt zwei Räumen an. Gibt es auch einen Flur? Ja, ja. Doch. Ja, das ist klar. Ja, das ist jetzt muss ja. Ja. Ist eigentlich ganz... Ist ganz cool. Oh, sorry. Was kann ich mir gar nicht leisten, glaube ich? In Berlin ist es ganz günstig eigentlich. Wie viel kostet die denn? Die kostet 350. Das ist jetzt wieder echt. Berlin ist so günstig. Berlin ist so günstig, ja. Aber ich dachte, selbst Einzelwohnungen kosten... Ja, das ist aber halt eine Wohnung vom Unternehmen, ne? Achso. Boah. Oh, oh, Leute. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist zum Teufel? Oh, ich versuche mir aber eh nichts. Ach, Mann. Leiter für Checkpoint. Oh, bin ich geil oder bin ich geil, Leute? Nicht für... Was ist denn jetzt gekommen? Nicht für da, du Lappen. Ach, nee? Oh, warte mal, warte mal. Geh, wo ist die Leiter? Was ausprobieren? Das klappt. Oh Gott. Nein, 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 nicht das. Geh mal. Ja, trotzdem kannst du nicht dafür verwenden... Im Prinzip kannst du dadurch cutten. Ja, aber du musst ja schon da hinsetzen, wo das ist. Also hier hinten hin. Ist doch ganz klar, dass du hier hinsetzen musst. Du kannst auch das Nice-N-Shirt nicht rauf. Doch. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber so kannst du cutten, meine ich damit. Ja, aber du darfst die aber nicht da hinsetzen, weil du musst die da hinten hinsetzen, da wo die hingehört. Oder... Wir sind dahinter jetzt nicht. Ja, unter dem Checkpoint-Ding, ein Start unter. Ja, na klar, du soll hier hin, aber wir haben gerade geguckt. Ja, Checkpoint. Du musst dir da dazwischen setzen. Du hast es nicht. Ja, aber der Hand checkt es halt nicht. Nein, ich habe gerade geguckt, ob man cutten kann. Meinst du, was ich meine? Du könntest theoretisch die Leiter hierhin packen, kannst du von hier rauf. Aber du darfst die nicht da hinpacken, weil du musst die hier hinpacken. Da ist extra ein Pfeil dazwischen. Ist doch scheißegal, wenn du cutt ganz, ganz kackt in den Platten. Nein, da darfst du keinen Block platzieren. Ach nein, kackt ja nicht in den Höschen. Ist doch so. Um kackt sich eine, aber richtig. Ja, so ein Gesicht machst du auch immer nachts, wenn du fang, ey. So und so. Immer bei diesem Sprung kack ich ab. Was macht Hannes jetzt gerade wieder? Gar nix. Wozu helle bin ich? Geil. Oh Mann, ey. So geil. Ich wollte gerade ein Wörterrätsel machen. Ja, und mir? Wie ein Wörterrätsel. Ist mir egal. Was machst du wieder nebenbei? Nein, ich wollte gerade, äh, fast schnell, so einen Lückentext reinschreiben. Achso. Ja, wo ist denn jetzt die Leiter, Enno, du Idiot? Ja, die darfst du nicht ranmachen. Hä, ich wollte einen Checkpoint ranmachen. Ja, darfst du trotzdem nicht. Hä? Nein. Ich war da schon. Ja, ist mir doch scheißegal. Alter, jetzt gibt's ja... Du musst mal halt mal ändern, Alter. Ich bin so ein Dekker, also musst du mal ändern. Oh, ich komm auf den. Okay, aber den mach ich jetzt doppelt. Den mach ich jetzt wirklich doppelt. Oh, fuck. Dem, 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 dem. Ah, fuck. Wo? Da unten gehört zum Beispiel keine Leiter hin. Da unten, da kommt keine Leiter hin. Aber was sollen wir jetzt machen? Wie kommt man jetzt weiter? Alter, bist du total bekloppt. Du gehst hier oben hin, gehst da hin und springst danach da zur Leiter. Das schafft man? Ja, das schafft man. Okay. Da. 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 Anders, was machst du? Abitur? Kein Minecraft-Hون, jedenfalls. Du musst echt mal, echt mal fragen ab und an, ey. Ich frage wirklich, ob du Abitur musst. Mhh, ich bitch drum. Mhh. Ja, das ist einfach nur logisches Denken, ja. Womit denn lang gehen? Huuu. Mit dann lang gehen? Ich bin gleich noch eine FIFA-Armiss. Ich wollte eigentlich der Idee zahlen. Ah, vielleicht wollte ich mein neues Team ausprobieren. Wieso? Du hast doch jetzt nur Robben, oder nicht? Robben, Adler. Ich habe noch Bänder gezogen. Du nutzt Adler? Ich habe... Ich will Adler mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, besser als Weidenfelle, oder? Ich glaube ja, aber ein neuer ist noch besser. Ja, aber ich habe kein neuer. Ich habe halt nur einen Adler. Ich komme auf diesen Weißen nicht drauf. Immer die Weißen sind schuld. Ich mag ja Leitersprünge. Und schon ein bisschen rassistisch, ne? Ja, ich bin selber weiß. Ich darf rassistisch sein gegen Weiße. Sehr gut. Theater. Ah! Was? Ich habe sogar vorhin geschafft. Das feiere ich gerade irgendwie. Aber ich schaffe diesen Leitersprung nicht. Naja, im Prinzip, Hannes, wäre es doch noch der letzte Challenge da vorne. Ja. Dann müsste ich schon wieder hier gelappen. Weil ich keinen Bock auf die Leitersprünge habe. Ich wacke das lieber nochmal. Alter! Hannes, Alter. Ico wie so ein Schwein. Wie ich die nicht schaffe, ne? Wie ich diese scheiß Sprünge verfickt nochmal. Ja, Hannes, mich schlagen bringt nichts. Hm? Mich zu schlagen bringt nichts. Welche schlagen? Doch. Ich habe dich echt nicht geschlagen, ne? Nein, Hannes hat es versucht, habe ich gesehen. Im Augenwinkel. Oh Mann, ey. Aus dem Minecraft-Augenwinkel oder aus deinem Augenwinkel? Achso. Aus Minecraft-Augenwinkel. Du Game-Modgern oder was? Ja. Du hast du Game-Modgern? Damit du mich nicht nerven kannst. Achso. Damit ich sowas nicht machen kann. Scheiße. Wie ich die Sprünge nicht kann. Das sind nur ein paar Nippelsprünge. Die musst du miteinander noch abklabasteln können. Aber wir haben eh nur noch vier Minuten. Dann sind wir schon wieder durch. Wir haben nur eine Stunde aufgenommen. Wir haben nur eine Stunde aufgenommen dann, ja. Ja. Ja, okay. Lass uns auch das FIFA noch spielen. Dann haben wir auch noch FIFA. Cool. Cool. Was haben wir heute eigentlich geschafft für Challenge? Die 18 mal fertig gemacht und den Anfang der 19, ne? Wir haben scheiß geschafft haben, ja. Ja, ich hab aber alle geschafft bis jetzt, ne? Alle Challenges. Ja, aber wir haben nicht viel geschafft. Was waren die 18 nochmal? Das Ende von der 18, wo wir angefangen haben. Haben wir nicht die 19 geschafft? Ja, mein ich ja 19. Ah, cool. Beim Durchlauf. Komm, jetzt muss ich diesen mal hier schaffen, ja. Ich schaffe diesen weißen Scheißsprung nicht, ey. Du scheiß Europäer. Huah, huah. Welchen weißen Sprung? Ja, irgendeiner. Weiß? Sind alle entweder braun oder... Ja, dieser helle hier. Weil jeder zweite ist hier hell. Ja. Er meint alle hellen. Oh, 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 wieder geschafft, yeah. Hey, ich hatte das irgendwie immer so, ohne einen abzuhalten. Bindest du durch? Ich weiß nur nicht wie, weil eigentlich geht das noch gar nicht. Du hast echt das... Oh! Okay. Hast du auch geschafft? Checkpoint erreicht, ja. Bist du durchgesprungen? Ja. Ja, ist auch durchgesprungen. Aber man braucht halt den richtigen Lauf dafür, tatsächlich. Sag mal, man muss kein durchlaufen. Ja, man braucht... Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, aber... Und jetzt macht der das hier, oder wie? Wenn ich da auch bin, muss der das auch machen, oder was? Wird immer im Fernsehen sein, ne? Ich mach lieber das nochmal, damit ich immer verdammt rumrumpfen kann. Ich bin scheinbar rausgegangen. Alter. Das macht Spaß, ja. Ja, Spaß. Ich will nur was ausprobieren, weil hier kann man das gut ausprobieren, weil man hier nicht so krassen Verlust hat. Einen anderen Trick, wie man hier auf die Leiter raufkommt, auf diese Nebenleiter hier. Ah, geht auch mal weg. Ja, so klappt es nicht, irgendwie. Alter. Alter. Alter! Ich komm auf die Leiter grad nicht drauf. Ne? So. Gut, ey, du. Nein, du bleibst drauf. So. Wohin? Da hinten hin? Ja, dann ist einfach dann auch alles. Da hinten hin, so hinspringen? Ja. Das ist machbar? Ja. Ja, ich zähl mal kurz an den Baum, ne? Ich passe mal kurz hier hin und dann gucke ich auch mal zu, ne? Ja. Ich gucke mal zu, wie ihr das macht. Oh ja. Oh ja. Oh, gut bei. No. No. Kannst du mich jetzt ausschlagen? Dieser Sprung hier ist möglich. Der war ein Day of the Tentacle Hintergrund. Der ist nicht möglich. Nicht möglich. Es sind eins, zwei, drei, vier Blöcke. Ah, wie musst du denn da bitte schön elegant hinspringen, ey, dass du den schaffen kannst? Ach man, ich hasse so eine Sprünge. Hast du gehört, Dom? Der Day of the Tentacle Hintergrund. Geil. Ne, der ist nicht, ne, der ist, der ist hammerhart nicht möglich, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist der eine nur hier. Oh, fast. Ja, fast war ich auch. Ach ja, hast du deinen Pimmel gestriffen, sagst du? Hannes stinkt, Hannes stinkt, Hannes stinkt, Hannes scheiße, Hannes, du bist nicht. So. Ne. Okay, dann lass es aufhören. Ich will nur einmal versuchen. So. Jetzt pennen, Alter. Jetzt schon? Ich bin voll müde, Alter. Alter, so müde war ich schon lange nicht mehr, ey. Jetzt werde ich immer voll lange wach. Ne, 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 der ist nicht, der ist nicht möglich. Okay, Challenge ist nicht schaffbar, Dom kann auch nicht gewinnen, Punkt. Ne, ne, warte, ich will jetzt natürlich probieren, aber... Oh, oh, oh. Ja, einmal, einmal. Los, Dom, los, 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 los. Ich glaube an dich. Ne, aber du kommst doch immer dagegen, oder nicht? Ja, du kommst jetzt immer dagegen. Ja, klar, nicht, dass du dagegen kommst, oder nicht? Ich bin nicht dagegen gekommen, ich bin da vorgesprungen, ich bin nicht hingeblieben. Oh, fuck. Okay. Entschrei will ich mir noch geben. Ja, okay. Also, entschreibe ich, dass ich nochmal da hinkomme. Oh, Gott. Alter. Geil, Schweinchen. Alter. Wird dir noch was drauf? Ja, ja. Ich bin gut. Alter. Ich weiß nicht, wie ich den Sprung machen soll, ne? Alter, wieso fällt man denn sofort unter, sobald man sich bewegt? Ja. So, jetzt ist das frei jetzt. Nee. Okay, keine Ahnung, wie der machbar sein soll. Keine Ahnung. Okay, unser Ryan, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss. Bands. Bands. Tschüss. Pater. Weißt du, wie Hannes nicht... Hannes ist... Ich kann nicht mehr. Hannes ist immer am Anfang. Immer wenn ich zurück... Was ist denn da? Ich kann nicht mehr. Komm mal nicht weiter. Nein. Oh, fuck.